Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft Together mit mir wieder Sky Tosny und dem Danny und dem Wilms. Hi ich bin der Danny. Echt? Du bist Danny? Ja. Scheiße. Ich bin falsch. Ist neu? Ja ist neu. Scheiße jetzt zu seinem neuesten Danny. Vorher hieß ich. Echt du hieß Danny? Ja vorher hieß ich Peter. Ach Gott oh Gott. Was Willi du bist jetzt erst drinne was ist denn da los? Leute da war noch gar nicht wahr? Ja hat mir gemeint. Ne jetzt hab ich mich gewundert als eine Aufnahme ist. Ich war voll perplex. Komm ich die Tür durch. Tsch Alter. Jam 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 jam. Du Danny wie viel stark pigmentierte Kühe siehst du jetzt eigentlich hier? Eins mit dem pigmentierten. Gut ich hab drei. Ja ich hab drei helle. Ja ich hab drei dunkle. Ist halt komisch. Versteh ich nicht. Ist dir auch schon mal passiert dass die Kuh dich einfach so haut? Ja. So wie gerade eben ne? Du Kuh. Ey. Au. Au. Hat die dich schon wieder gehauen? Ah schon nach Usbekistan. Ah schon nach Usbekistan. Ja Usbekistan. Alter wie viel Schweine haben wir eigentlich? Danny was ist denn hier passiert? Ja du äh. Ich bin fleißig. Ja. Fleißig. Oh ne. Danny du bist fleißig ja? In der Hinsicht. Oh. Ich bin mir nicht sicher ob ich das gerade verstehe. Wahrscheinlich nicht ne. Ich weiß auch nicht was gemeint ist. Hä? Na ist egal. Die Zuschauer werden mich verstehen. Komm ich mach mal wieder ein paar neue Kühe. Oh was meinst du? Oh. Oh. Ah herf steh ich nicht. Irgendwie kriegen wir bloß stark pigmentierte Kinder. Ne doch nicht. Jawoll ein helles. Jehoo. Du razzist. Hä? Ach nicht. Egal egal egal. Ich hab gerade gemerkt dass das Erde ist. Was willst du mit Erde? Ich dachte ich hab dunkles Holz dabei war das Erde. Achso. Das ist gut. Ja klar. Okay. Ich werd mal die wieder los. Ey it's getting dark. It's getting dark verdammte. Minecraft Welt. Oh dann werd ich nochmal ganz schnell Holz ernten gehen. Es ist schon wieder dunkel hier. Ja ey. Schon wieder dunkel. So ne verdammte Mist. Achso Danny. Ähm. Der anonyme Zuschauer bei mir hat mich grad drauf hingewiesen dass wir noch Schafe bräuchten. Schafe? Wozu denn? Wozu bist du denn? Wozu bist du denn Schafe? Wolle Mensch. Ja was willst du denn Wolle? Bett bauen. Ja außer am Bett bauen. Bett bauen. Teppich besser am Bett bauen. Ein Teppich man. Zum Beispiel. Teppich man. Ey alter Teppich ey. Ich mein. Geh doch mal ins Kino. Ey heut nicht. Hab aber auch nicht mit dir geredet. So. Okay ich hab noch nicht zugehört. Und wofür brauchen wir Schafe? Für Wolle. Schafe. Komm wir gehen mal Schafe an. Können wir auch rot und blaue Wolle machen. Yeah wow. Das war krank. Nicht in der Nacht. Nicht schon wieder in der Nacht. Ich geh in der Nacht los ey. Da traust du mir zu ja. Au. Ja das traue ich dir zu. Durchaus. Ach Scheiße. Ich bin nicht sicher ob ich nicht geärbt fühlen soll. Äh weiß ich auch nicht so genau. Wow. Bin ich verwirrt. Alter wir haben schon so viel Zuckerrohr. Aber. Ja wir brauchen gar nicht so viel. Ich weiß gar nicht warum du so viel angepflanzt hast. Wir bräuchten mehr Weizen. Mach ich doch gerade. Weizen. Wie viele Folge ist das eigentlich? Die 50. Oder so. Keine Ahnung die wievielte Folge das ist. Schreibt's doch mal in die Kommentare wenn ihr diese Folge hier seht. Ja. Gute Idee. Oh man ey. Ach. Äh du bist in der nächsten Folge das? Ach ne Scheiße. Ich denke in der Hinsicht immer genau cool. Hab ich hier diese Blumen angepflanzt? Und das ist voll scheiße. Was hast du angepflanzt? Hier Blumen. Was hast du denn Blumen angepflanzt? Keine Ahnung. Willi hast du das eigentlich mittlerweile schon gemacht mit dem Portal? Ach so ne natürlich nicht. Ne war. Verdammt. So wie zum Portalbau oder was? Naja damit wir halt dann auch Mnetha bauen können. Mnetha? 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 Ja. Krass der Scheiße. Nö. Na toll. Na gut. Können wir immer noch nicht. Weil wir brauchen ja auch Schafe. Das ist das Problem. Ja. Genau. Schafe brauchen wir auch noch. So. Ich hab jetzt 13 Fleisch. Wie viel hast du? 30? 13. 13. Ach 13 hast du ein paar Kühe geschlachtet der? Nein. Schweine. Äh mein ich doch Schweine. Mann du weißt doch was ich meine. Mann du weißt doch was er meint. Mein Gott. Mensch. Weil das jetzt auch Weltuntergang war und so. Na ist ja bald. Warte mal. Achso du hast ja schon gezüchtet hier ne. Ja stimmt weil das Weltuntergang war. Ja. Müssen wir noch ein paar Folgen machen. Ja. Exakt. Genau das meinte ich auch. Na auf jeden Fall. Vorproduzieren und dann ohne Internet hochladen. Die Nachfahren. Die Nachfahren die noch überleben. Dinosaurier meinst du? Ja genau. Die Dinosaurier werden die nächsten Menschen sein. Ja genau. Ich bin Bio-License-Kurs. Ich weiß das. Was bist du? Bio-License-Kurs. Ich weiß das. Ach du mit deinem Bio-License-Kurs ey. Ja. Thorsten war auch ein Bio-License-Kurs. Aber er war. Ja. Weil ich studiere Bio. Ich auch. Ich hab gelogen. Ich hab gelügt. Gelügt ja. Gelügt. Oh nein ich mach's das nicht nochmal. Aber ich lüge gerne. Ich hab gerne gelügt. Mach ich gern nochmal. Das glaube ich dir. Du bist ja auch so ein alter Lügenbold. Dass du sowas zu mir sagst. Oh mein Gott. Ich hab kein Verstecker vor. Ich hab kein Verstecker vor. Für wen denn? Ah xp. xp 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 xp. Hast du jetzt eigentlich schon mal deine Plattform weiter gebaut? Wie da oben? Ja so ein bisschen. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen das ordentlich zu machen. Na dann werde ich da mal kurz den Zwischenstand prüfen. Ja also ich hab noch ein bisschen was geändert also. Wir waren ja so lange im Nether da hatte ich keine Zeit für. Ja so lange im Nether waren wir. Ja bestimmt ne Folge. Die halbe Stunden. Ja ungefähr ne Folge. Ja circa. Krass ey. Wahnsinn. Aber es sind mehr gestorben als jemals vor. Ah ooooh. Uuuu. Okay. Das du gerade gemacht hast. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wenn du meinst. Na gut. Du machst das schon. Na gut das wir im Nether waren sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen. Das glaube ich. Wo sind eigentlich die ganzen Monster hin? Also irgendwie. Ja mal sind tausende da so dass wir dann da und sterben und mal gar keine. Also irgendwas stimmt danach. Stimmt du. Du könntest ja sogar den Nether stein anzünden wa? Ja aber ich hab kein Feuerzeug. Willy hat doch eins. Ah hier. Ja vor allem. Kommt selber. Das würde das schon mega gut aussehen. Ach du das jetzt. Aha. Ja. Ach hier sind die Knochen. Na. Alter ich hab jetzt schon drei hoch. Aus Holz. Scheiße ich hab keine Schauer mehr. Und Zombie. Das wenn in der Hober auch der geht um ein Haus. Ja hoher. Na hoher. Oh hoher. Oh. 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 Oh jetzt kommen die Skelette. Na sehr schön. Du 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 du. Ja. Ja. Hammer geil. Ja. 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 nach einer Weile, ja, also am Anfang wäre es bestimmt witzig. Bei meinem letzten Tod, ja, habt ihr meine Karotten mitgenommen? Oder ab und wieder? Ja, wenn du welche brauchst, kannst du dir auch farmen gehen bei uns. Irgendjemand hat meine Karotten mitgenommen, als ich gestorben bin. Ist doch egal, wir haben so viele Samenzahmen. Wir haben so viele Felder als teuer. Ich brauch die jetzt, aber. Dann hol dir welche von unserem Feld. Och, Alter. Nee, glaubst du nicht weg, genau. Das war das jetzt. Was, Danny? Hier war so ein Leck, weißt du? Und der läuft immer weiter, immer weiter. Und dann voll runter hier. Von meiner Plattform. Schade. Er hat einfach nicht aufzulaufen hier. Falls mich macht ihn runter. Er hat einfach nicht aufzulachen. Äh, laufen. Hi, Wauwau. Ey, ich finde das so geil, dass ich sofort... Tosti, du musst mal auf die zwei Abmeld ins Mikrofon, das ist total stressig. Ja, bitte. Danke. Dann sagt es mir doch vorher. Warte, Follorab ist. Nee, nein, weil ich... Ich hör das nicht. Man, auf. Maritz, doppelt. Was? Ne, ne. Bärisch doppelt. Ja, Bärisch. Oh, hier ist ein Hund. Kann ich nicht quitsen? Nein, meiner. Wir sind quitt. Billy. Ja? Nein, du buddlst ihn nicht ein. Leute, der ist hier hochgeportet. Ey! Oh. Oh. Coole Sache. Schade. Aber Griefen ist hier nicht drin, okay? Das ist ein bisschen unversonst. Griefen? Das ist erst in Season 2 dran. Achso, in Season 2, ja? Ja. Mit den neuen Leuten. Genau. Genau. Damit ich mich schön ärgern kann. Ja, hast recht. Unsichtbarer Zuschauer hier. Ah, ich meine nicht. Er hat sich gerade angesprochen gefühlt. Echt? Naja. Ich meinte ihn doch auch. Ja, euer Fade ist erntbereit, genau. Na, einige Sachen. Ne, ich hab ja gerade erst geerntet. Guck in die Truhe. Ich sehe, die Truhe ist für Wilhelm. Alter, wie viel scheiß Schweinehaft es der Hamm. Und Kühe habt ihr auch. Ich muss mir mal Küheklauen geben. Kühe kriegst du dann vielleicht. Aber keine Schweinehaft mitnehmen hier, weil sonst... doch, wie kann sich zumindest eins mitnehmen, damit er sich hier auch Schweine da züchten kann, weiß ich. Ah, ne, mach ich jetzt einfach nicht. Über Kühe haben. Warum ist der Hund jetzt ins Kuhgehege gelaufen? Mein Gott, weil er schwul ist. Komm her, Kuh. Komm mit. Kuh, komm raus da. Ey, der Hund ist gerade im Bodenverschub. Nimmst du den wieder da? Ja, dann geh ein bisschen weg. Alter Hund, du bist so ein bescheutes Stück Scheiße, ey. Beleidige nicht den armen Hund. Gleich kommt Greenpeace vorbei. Ey, was ist das für ein... Der war schlecht. Aber, aber, aber... Aber witzig. Ne, aber richtig. Also, ich musste lachen, weil trotzdem... Nun, hab ich gemerkt. Weil er so schlecht war. Boah, ich muss mir mein Crafting Table machen, so eine Bastelküste. Ihr habt einen bescheuerten Eingang vom Zaun. Da kommen keine Viecher durch. Sollen ja auch nicht. Ja, ehrlich mal. Das ist das Ziel, Willi. Weißt du? Boah nimmt sich. Verdammt. Nein, nein, nicht alle wegrennen. Nein, nein, nein. Wenn die alle wegrennen, Willi, dann musst du uns 50 neue bringen. Oh ja. Mindestens. Das war ohne Karotten. In den extra Gehege. Das aussieht wie ein richtiger Stahl in echt. Das dürfte schwer werden. Ach, sowas will ich bauen. Nein. Gleich, mal gucken. Du, jetzt hast du es angekündigt. Jetzt ist es vorbei. Ah, okay. Ich gebe mein Bestes. Das ist kein Hausweg. Aber erst mache ich hier die Plattform zu Ende. Was eigentlich keine Plattform mehr ist. Welche Plattform? Meinst du die in der Luft schwebende? Die mit dem Lavaantrieb. Mein ich ja. Nein? Genau, die habe ich gemeint. Ich ja auch. Gut. Das wird ein langer Weg. Reiches Gefühl. Ja. Hey, wenn es jetzt anfängt zu regnen, raste ich aus. Okay. Warum? Ich baue mal unser Feld weiter, Danny. Sonst geht mein Feuer jetzt aus. Ich muss da jetzt noch ein Dach rüber bauen über das Feuer. Ja. Ja, geht Feuer aus und es regnet? Echt? Ja. Ist das neu oder ist das schon immer so? Schon immer. Echt? Echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, was ihr alles nicht wisst. Ja. Stimmt. Ein nur der Programmer bitte, ne? Man, diese Anspielungen hier. Was für Anspielungen? Wer ist denn hier bitte schon ein Pro-Gamer, ja? Keiner von uns ist einer. Naja, der, der so heißt, würde ich sagen, ne? Genau. Das habe ich doch auch nur so genannt, wegen meinem Maus-Pad. Ach ja, hast du es neulich erzählt, ne? Ja, habe ich es erst neulich erzählt. Genau. Der wäre mir jetzt mal eingefallen. Müsste die vollste Aufnahme gewesen sein. Ich nix wissen, kann sein. Ich nix wissen? Mhm. Nee, er weiß nichts. Nicht du. Naja. Das hat wirklich keinen Sinn. Na, du hast eben gesagt, ich nix wissen. Du hast also ihm nachgemacht und hast gesagt, dass du nix weißt. Aber er hat gesagt, dass er nix weißt. Du kannst jetzt, ach, egal. Guck mal, Köhl, da oben ist Danny. Danny, du verwirrst mich gerade. Ich glaube, die Regierung auch nicht. So, Danny, jetzt hau mal raus, wie wir hier die Felder weitermachen wollen. Na, erstmal auch wieder mit Erde und so. Na, Erde habe ich jetzt schon gemacht. Am besten wollte die Felder in die Luft, das ist am einfachsten. Nee. Ja, da wollen wir mal die Hau aus seinem Haus holen. Die Hau? Ja, in der Truhe, die am Eingang ist. Die Hau, Hau, Hau. Mann, ey. Diese falschen Blöcke hier hat Baurei. Muuu, ein Hund. Verdammt. Guck mal kurz, wie sieht denn das aus, so von außen? Wen fragst du jetzt? Na, du bist doch bei den Feldern, oder? Ja, aber soweit... Also von... Ja, sie sieht eigentlich ganz gut aus. Sieht eigentlich recht geil aus. Ja. Ja, kann man so anbieten. Wo? Die anonyme Person sagt auch, es ist okay. Na dann. Aber sie hat es natürlich tausendmal besser gemacht, sagt sie. Was, sie oder die Person? Die Person. Sie. Und ich fühle mich gerade, glaube ich, so ein bisschen geschlagen, ich weiß es auch nicht. Ich fühle mich ja bloß geschlagen, wenn wirklich jemand in der Nähe ist. Ja. Sie sind erschlagen, ja? Von der Liebe dieser Person. Erschlagen? Nee. Erschlagen. Das nicht. Ach, keine Erde mehr. Warte. Ach, ich finde das so toll, dass ich das mit Zoo Sand gemacht habe. Dumm einfach. Kühe, ey. Ja, das sieht relativ geil aus. Dumm. Woher kennst du den Namen von der Kuh? Ich habe mir die dumme Kuh geklaut, ne? Warum nimmst du die dumme und nicht die doofe? Weiß ich nicht. Ich habe zwei genommen. Nimm die blöde. Ich habe wahrscheinlich beide genommen. Du hast zwei genommen? Wieso nimmst du zwei? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich zwei Kühe mitnehme. Wahrscheinlich damit... Wieso hast du bloß... Die transsexuelle Kuh war nicht mehr verflügbar. Na klar. Das ist die gute Kuh. Was ist denn los, Willi? Alter, habt ihr noch so zu sein? Ich habe gerade fast in ein Loch gefallen, ey. Ich habe noch zwei Stacks Soul Center. Okay. Weil es kann sein, dass es hier knapp wird. Danny, wieso reicht dir eigentlich bei dem einen Feld der Wasserfluss nicht bis ganz hinten? Ach, nee. Soll so sein, oder was? Was soll das sein? Weiß ich nicht, was du meinst. Sorry. I don't know what you mean. What you mean. What you mean. Alter, wenn mir den Sprachskill sind wir wieder fantastic. Fantastic for? Fantastic for, ja. For you? Ey, Kuh, du bist so bescheuert, der Handy ist zu Ende des Vieh. Das erklärt den Namen, oder was? Hast du aber die Kuh entwendet, oder was? Die dümmsten Kuh. Ja, der hat uns ein paar Kürze. Kuh, der hat uns ein paar Kürze. Vielen Dank.